Moin Moin und herzlich Willkommen in Ralfs Fotobude und Ralfs Fotoflug. Heute gibt es mal kein Tutorial, keine Tipps und Tricks, keine Vorstellung eines neuen Gerätes. Heute gibt es einfach mal nur was witziges, was spaßiges. Viele von euch fliegen die DJI Phantom 2 Vision oder Vision Plus oder die normale Phantom 2. Das Ding sieht, ich will nicht sagen langweilig, aber nicht besonders attraktiv aus, schlicht und ergreifend weiß, auch die Fernbedienung, da ist nichts besonderes dran. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, ob man sich das Ganze nicht ein bisschen schicker machen kann. Ich selber habe keinen vernünftigen Drucker, Folien auch nicht. Ich will damit also nicht groß rumarbeiten, bemalen, zeichnen ist nicht so meine Sache, fotografieren schon. Da bin ich im Netz bei meiner Suche drauf gestoßen, dass es da einen Hersteller gibt, der Folien für die DJI Phantom 2 und die Fernbedienung macht. Da sind auch noch ein paar nützliche Sachen dabei. Und das möchte ich euch heute mal vorstellen. Ich habe mir mal zwei Folien schicken lassen. Ich bin so ein kleines bisschen Amerika-Fan, mache da sehr gerne Urlaub und deswegen lag es natürlich nahe, dass ich mir dann auch Motive schicken lasse, um euch das hier mal zu zeigen, die so ein bisschen was mit Amerika zu tun haben. Das ist einmal hier das Motiv Pin-Up und dann das Motiv Air Force. Es gibt aber noch eine ganze Menge anderer Motive, die ich euch zeige nachher, die man da bestellen kann. Also von daher, wer da nicht so Amerika-affin ist, der findet da auch sicherlich was. Es gibt zum Beispiel ein Bayern-Motiv und ein Franken-Motiv. Also von daher auch für weniger Amerika-Fans ist da gesorgt, was zu finden. Wie gesagt, ich zeige euch nachher nochmal, welche Motive es da gibt. Was es alles auf dem Sticker gibt? Und zwar natürlich einmal ganz klar der Aufkleber für den Korpus, also für die Oberfläche hier von der Phantom. Dann hier eben auch einmal die beiden Aufkleber, die normalerweise rot sind oder blau oder welche Farbe ihr auch da immer gewählt habt. Ja, dann geht es hier drüben weiter mit dem Aufkleber für die Fernbedienung On-Off. Hier oben seht ihr schon, da ist einmal für die Umschaltung IOC Off, Course und Home-Lock. Dann gibt es hier für die andere Seite, für den Schalter S1, gibt es GPS-AT-Fieldsafe oder GPS-AT-Manual, jeweils in zwei Farben. Ja und wer, ich sage mal, Einsteiger ist und sich immer noch nicht so ganz sicher ist, für was was ist, da gibt es dann hier einmal die Aufkleber. Ich drehe das einmal rum. Da gibt es dann hier einmal die Aufkleber für die beiden Steuerknüppel mit drehen links, drehen rechts, vorwärts, rückwärts, rollen rechts, rollen links. Die kann man dann also hier einmal in die, ja wie nennt man das hier, in die Aussparung rein kleben. Interessant finde ich, oder das finde ich eine sehr schöne Sache, ist die Liste hier mit den Blinkzeichen. Da gibt es also einmal für den Phantom-Mode die Blinkzeichen in Deutsch und Englisch und natürlich auch für den NASA-Mode in Deutsch und Englisch. Das heißt, hier wird mir dann also gezeigt, welche Leuchtsignale was signalisieren. Das heißt, wenn ich das mal vergessen habe, dann kann ich da schnell auf die Rückseite der Fernbedienung gucken, denn dieses Ding hat genau die Größe, damit ich mir das hier hinten auf das Batteriefach draufkleben kann und sie eben einmal gucken kann, aha, das bedeutet das, das bedeutet das und so eine sehr gute Übersicht habe. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Hier gibt es, wenn man möchte, noch die Möglichkeit links rechts drehen, nochmal in anderen Farben aufzukleben. Wem das also hier auf dem Gehäuse der Phantom nicht deutlich genug ist, der kann sich hier auch nochmal die links rechts Drehzeichen aufkleben. Dann gibt es hier noch bei Verlust bitte Kontakt. Also es ist eigentlich alles da, was man braucht. Auch hier oben nochmal so eine kleine Checkliste mehr oder weniger mit beigelegt ist. Natürlich einmal eine Anleitung, wo mir erklärt wird, wie ich das Ganze aufkleben muss und wo ich das Ganze aufkleben muss. Vorher die Phantom einmal gründlich reinigen und dann kann es auch schon losgehen. Ja und das mache ich jetzt und dann zeige ich euch gleich, wie das Ergebnis aussieht, wenn das Ganze beklebt ist. So, der Copter ist fast fertig beklebt, die Fernbedienung auch. Ja und den letzten Teil, den zeige ich euch einmal, damit ihr seht, dass das kein Hexenwerk ist und relativ einfach geht. Das ist hier das kleinere Teil, was ich euch jetzt einmal zeige. So sieht das dann aus. Ja und dann geht man hier einmal in die Mitte des Copters rein. Ich drehe das mal so ein bisschen, dass ihr das vielleicht etwas besser erkennen könnt. So geht man hier einmal in die Mitte rein. Setzt das einmal ordentlich an. Guckt, dass die Kante hier vernünftig abschließt. So. Guckt auf der anderen Seite, dass das da genauso aussieht. Geht einmal hier über die Kante drüber. Oh und jetzt streicht man das einmal nach hier unten und wenn man es ordentlich gemacht hat, dann entstehen da auch nirgendwo Blasen. Und selbst wenn, kann man das nochmal ganz leicht abziehen und nochmal nachkorrigieren. Also das ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn man ein bisschen sorgfältig und ruhig in Ruhe arbeitet, dann klappt das wunderbar und kann man die wunderbar aufkleben ohne Blasen, ohne alles. Ja und wer jetzt noch möchte, kann hier die Arme noch mit den Endstücken bekleben. Ich bin jetzt ein kleines bisschen faul und habe keine Lust, die alten roten da noch runter zu pielen. Und mache das deswegen einfach jetzt oben drüber. Sieht zwar nicht so schön aus, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil ich jetzt keine Lust habe, das alte Zeug da runter zu prokeln. Und dann sieht das Ganze so aus. Und dann noch den letzten vorne drauf. Und das war's. Fertig. So sieht das Ganze dann aus. Ich finde, das sieht klasse aus. Mir macht das sehr viel Spaß. An den Kanten hier ist es so, man kann ihn noch auseinander bauen. Das heißt, die Kanten sind genau an der Stelle, wo das Gehäuse seine Trennung hat. Natürlich wieder ganz klar, hier an den Stellen muss man wie gehabt einmal mit dem Messer aufschneiden. Aber ansonsten, die Kanten hier unten, die sind wirklich genau da, wo der Kopter seine Trennung hat. Das heißt, da muss man nichts machen oder muss das nicht irgendwie wieder abziehen. So sieht das Ganze dann aus. Und wenn man möchte, kann man dann hier, wo Phantom ist, nochmal draufkleben. Bei Verlust bitte melden bei. Da gibt es hier diesen Sticker hier. Den kann ich da auch nochmal draufkleben. Da schreibt man dann am besten seine Telefonnummer mit einem wasserfesten Stift drauf. Und dann geht das hier einmal oben drüber. Zack, an der Stelle einmal drüberkleben. Und das war's. Ich glaube, das ist die beste Stelle. Da ist es am auffälligsten und am besten zu sehen. Telefonnummer draufschreiben und fertig. Bei der Fernbedienung habe ich auch alles einmal aufgeklebt. Das Ganze sieht dann so aus. Einmal hier das Motiv. Hier oben GPS Atti manuell. Und auf der Rückseite dann einmal, da ich im NASA-Modus fliege, die Blinkzeichen für den NASA-Modus. Und hier oben, so sieht das aus, nur damit ihr das einmal seht. Da ich schon ein bisschen erfahrener bin, brauche ich die nicht. Aber ich habe mal zwei aufgeklebt, damit ihr seht, wie das aussieht. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Und dann kann man natürlich noch für links, rechts steigen, sinken und drehen entsprechend auch aufkleben. Ich finde das eine tolle Sache. Mir hat das Spaß gemacht. Ist eine Kleinigkeit. Kostet 24 Euro. Die kleinen Sets 19 Euro. Also auch nicht die Welt, wenn man überlegt, was man sonst für sein Hobby ausgibt. Und es sieht halt ein kleines bisschen individueller aus. Und ein kleines bisschen netter das Ganze. Und hier seht ihr den Link zu der Seite. Den poste ich auch nochmal hier unter dem Video. Und hier seht ihr, was es hier alles für Varianten gibt für Sets. Ich kann euch hier mal eins aufmachen. Sowas gibt es hier zum Beispiel. Phantom Future. Dann haben wir Camouflage Sets. Hier sind die US Grunge Sets. Das ist auch ein schönes. Wer, wie gesagt, so ein bisschen Amerika-Fan ist wie ich, dem wird sicherlich auch das USA Grunge Set gefallen. Das sieht dann so aus. So ein bisschen wie verfaschener Jeansstoff. Also es gibt da eine ganze Menge an Sets. Hier ist das Bayern-Set, was ich schon sagte. Wer also Bayern-Fan ist, hier ist das Bayern-Set. Wer seinen Kopf da blau-weiß bekleben möchte. Da kommen auch im Laufe der Zeit noch immer mehr Sets dazu. Und von daher, also hier auch finde ich ganz nett, das Totenkopf-Set. Sieht auch sehr individuell aus. Also von daher, da gibt es eine ganze Menge an Auswahl. Wie gesagt, die Adresse zum Bestellen, die poste ich hier einmal unter dem Video. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit. Viel Spaß natürlich beim Fliegen. Das war's für heute. Kurze, knappe Geschichte. Ein bisschen was zum Design von der Phantom 2. Zum Aufhübschen, Aufbessern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fliegen. Und wie gehabt, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Moin Moin.